Ihr wisst, ich bevorzuge eine Glasflasche, aber hatten sie diesmal nicht. Also, Stößchen auf ein geiles und erfolgreiches Freispiel-Opening. Wir starten Dinopolis auf 5 Euro Einsatz. Lecker, lecker, lecker. Hier, was ist denn das für einer? Jakob, es ist noch gar nichts passiert. Es ist noch gar nichts passiert und der Erste schreibt schon wieder Fake rein. Warte, den schicke ich persönlich. Persönlich auf die stille Treppe mit dir. Raus mit dir. So, auf die stille Treppe, den Jakob gekickt. Und ich muss jetzt die Karten lesen. Wir nehmen Zweite von links. Oh ja, auf Walze 2. Sehr gut, sehr gut. Jawohl, das war das Beste. So, und jetzt bitte 10 Freispiele. Wir brauchen 10 Freispiele. Rechts. Acht, okay, gut. Gut, zweitbeste. Nice, guter Anfang. Guter Anfang. Jetzt müssen wir nur noch viele Münzen mit Umrandungen bekommen, damit wir die Verlängerung... Jawohl, hier sind direkt zwei. Wir brauchen diese Münzen mit diesem, ja, Dingens hier rundherum. Wenn wir fünf Stück haben, kriegen wir Verlängerung. Auf geht's, komm. Komm, komm, komm. Gib mir Münzen. Jawohl, da ist wieder einer. Jetzt gib mir Wild hier, gib mir Wild. Schade. Dann mach hinten noch Münzen. Okay, zwei Stück noch, dann haben wir die Verlängerung. Auf geht's. Zwei Münzen noch für die Verlängerung. Wir haben noch... Jawohl, da sind's. Okay, perfekt. Verlängerung ist am Start. So, auf geht's. Wir sind im Level 2. Ich darf wieder Karten lesen. Die. Yes, gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das war wieder das Beste, was ich hätte bekommen können. Und jetzt ist, glaube ich, fünf das Maximum an Freispielen. An extra Freispielen. Ich glaube, fünf kann ich bis zu fünf extra Freispielen. Okay. Konzentration. Ruhe. Ruhe. Alle Ruhe jetzt. Ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren. Das wird jetzt sehr entscheidend sein. Das wird sehr entscheidend sein. Ruhe im Studio. Ich brauche fünf Freispielen jetzt. Ist es A, B, C oder D? A, B, C oder D? Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? C, B, C. Ganz recht. Zwei B. Also B und C. Es sind viele für B und C. Okay, ich nehme C. Nein! Das war das schlechteste. B wäre es gewesen. B war das Beste. Nein! Oh nein, das war der falsche Knopf. Nein! Freunde, wir haben das schlechteste. Komm, jetzt gibt dicke Münzen. Jawohl, gut! Wir bräuchten mehr Münzen mit Umrandung. Komm. Jetzt hinten nochmal Münzen. Hinten nochmal. Hinten, 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 Münzen! Okay, eine mit Umrandung. Der ist schon gut. Der ist schon gut. Wir brauchen goldene Münze jetzt vorne. Und wir brauchen mehr Münzen mit Umrandung. Okay, aber der schmeckt schon, der Treffer. Wir haben das erste Freispiel direkt im Durchschnitt drin. Eine 460. So, jetzt brauchen wir noch vier Münzen. Wir haben noch vier Spins. Komm, mehr Münzen! Oh mein Gott, da ist eine 50er durchgerutscht. Oh, der ist auch gut! Der ist auch gut. Der connectet voll durch mit den Multis dazu. Der wird auch zahlen. Der wird auch zahlen. Mal gucken, was der jetzt zahlt. Let's go! Wir starten mit dem ersten Freispiel, was richtig dick und fett direkt zahlt. Let's go! Let's go! Geiles Ding! Geiles Ding! 1600. Komm, wir haben noch drei Spins. Gehen! Münzen! Münzen! Okay, ist wieder eine mit Umrandung. Komm, jetzt hier ein White, 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 White. Schade, hinten nochmal mit Umrandung. Yes, okay! Oh, das wird eine spannende Kiste! Das wird eine spannende Kiste. Wir haben noch zwei Spins. Wir brauchen noch zwei Münzen mit Umrandung. Mit Umrandung! Oh mein Gott, da ist eine 100er durchgerutscht. Komm, eine haben wir. Jetzt eine Münze noch! Und eine Münze noch! Eine Münze noch! Fuck! Letzter Spin. Wir brauchen jetzt eine Münze mit Umrandung. Bitte! Bitte kippen mit Umrandung für noch eine Verlängerung! Komm! Nein, jetzt muss hier hinten kommen! Nein! Schade! Keine Verlängerung, aber direkt ein richtig krasser Anfang. Auf 5 Euro Einsatz, 2300 Euro aufgerundet. Was für ein geiler Start hier in das Opening! Sehr, sehr stark! Let's go! Oh man, das hat richtig viel Spaß gemacht, die Freispiele bei Dinopolis. Dafür liebe ich halt Dinopolis, weil der so viel Spaß machen kann, wenn er gut läuft, wenn du die richtigen Karten auswählst. Geile Nummer! Geile Nummer! So, ersten 2000 Euro sind drin, Spin after Win. Nächste Chance, jetzt gönn! Tor, 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 Tor auf Zwanni, geh rein! Yes! Midas auf Zwanni! Wir sind drin, Jungs und Mädels! Wir sind drin und wir sind schon 4000 im Minus. Also wäre gut, wenn er jetzt 4000 Euro zahlen könnte, ich weiß. Das ist eine hohe Forderung, aber es ist machbar. Das wären 200x nur Attacke Mieders. Erster Spin schon mal nix connected. Zweiter Spin! Ah, bloß die 10. Und wir haben ein Tor schon gesammelt. Mehr Zehner und Tore rein! 10, gut! Weiter, mehr Zehner, 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 Zehner! Yes! Und noch eine dritte Hand! Oh, das A nimmt auch mit die... Zu viel durcheinander! Aber das A ist eine volle Linie auf mal 4. Das zahlt schon mal ein bisschen was. Das zahlt ein bisschen was. 820 schon mal. Fast ein Tausender drin. Fehlen noch 3000 weitere, würde ich sagen. Okay, wieder A! Mach wieder volle Linie, das wäre gut. Mehr A, es kommt! Aas, nein! So zahlt das nicht so viel. 200, okay. Erster Tausender ist drin. Wir haben noch 7 Spins. Komm! 5 Spins noch, gönn! Connecten! Kars, oh nice! Und noch eine Hand drin. Mehr Kars jetzt. Kars ist auch ein sehr gutes Symbol. Kars, gut! Gut! Schöne Linie durchziehen hier. Kars, gut! Oh, noch eine Hand! Weiter! Bitte mach eine volle Linie. Volle Linie ist immer wichtig. Hinten! Oh, hinten fehlt. Hinten! Oh, hinten! Yes! Volle Linie sind mehrere Volllinien. Weiter! Jo, fast voll! Komm, mach voll! Schade, der knallt! Der wird schmecken! Das sind so viele volle Linien. Boom! Yes, baby! Oh, der geht weiter! Was? 3000 Euro! Oh, ich wusste nicht, dass der noch mal hochgeht. 3300! 3000 Euro! Oder sind noch die 4000 Euro? Komm, wir haben noch vier Spins! Ich hätte nicht gedacht, dass der noch mal eskaliert. Ich dachte, nach einmal boosten ist Schluss, aber dann haut er noch mal so ein... Oh mein Gott! Komm, drei Spins noch! Drei Spins noch! Vorletzter! Ah, die Position ist beschissen! J connected, aber wir nehmen die Hand nicht mit. Dann mach weiter Jots rein! Jots! Gut! Mach weiter Jots und eine Hand rein natürlich für einen Multi-Jots! Schade! Nochmal ein 80er und letzter Spin! Jawohl, Hand ist gut! Oh, wird nicht mitgenommen! Oder oben nochmal! Dann mach mehr Aas rein! Aas! Ja, volle Linie schon mal weiter! Mehr Aas! Komm, Esser, 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 Esser! Aas! Ah, Mann! Okay, eine volle Linie nochmal! Das sind auch nochmal 300 Euro! Okay, 4700! Wir sind wieder zurück! Midas hat es tatsächlich gerockt! Wir haben 4000 gefordert und wir bekommen sogar 4700! Midas hat es absolut gerockt! Sehr stark! Oh mein Gott! Sehr starke Freispiele! 4700 Euro! Oh! Oh, das Diamant! Oh mein Gott, bitte! Reichen drei? Oh! Freunde, Diamant! 1000 Euro, was? Was? Oh mein Gott! Wenn das jetzt so ist wie der andere, dann brauchen wir jetzt einfach nochmal Münze! Dann zahlt der Mann 1000 oder was? Komm, bitte! Bitte! Gönnen Münzen wieder rein! Ey, komm! Wir haben Diamant! Nein, bitte! Das ist schon wieder letzte Chance! Mach Münzen! Du verdammter! Mach Münzen! Ja! Ja! Jawohl! Geiles Ding! Geiles Ding! Weiter! Wieder Münzen! Wieder Münzen! Komm! Nein! Wieder letzte Chance! Mal nochmal! Ja! Let's go! Let's go! Wie geil ist das denn gemacht? Ey, krass! Komm weiter! Immer wenn eine Münze kommt, kriege ich den Tausender Diamanten! Oh, der lässt sich immer Zeit! Komm, wieder Münze! 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 Nein! Ey, krass! Einfach... Was? Heftig! Der ganz neue Slot Floating Dragon Megaweiß gönnt direkt so krass! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie heftig ist das gemacht! Sehr stark! Hey! Ich bin sprachlos! Ich bin sprachlos! Heftig! Also gefällt mir schon mal viel besser als der alte Floating Dragon, würde ich sagen! Das waren meine ersten Freispiele hier! Und die zahlen halt direkt so gut! Dann nehmen die sieben, ich verzock die doch nicht! Okay, komm! Auf! Vier Euro Einsatz! Gewinne braucht man! Gewinn, 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 gewinn! Schade! Der hätte doch direkt was werden können! Komm! Wieder nix! Oh, ganz schlechter Anfang! Okay, haben wir einen jetzt! Wild auf die drei! Oh! Okay, er hittet jetzt auf die drei oder zwei! Zwei oder drei! Komm! Du hast zwei Möglichkeiten! Gut! Und jetzt auf die eins oder zwei! Eins oder zwei! Mann! Da hätte man nämlich direkt wieder gehittet! Drei Spins noch! Ach, der Multi bis jetzt erst! Was ist das? Gut! Hit ist da! Auf die drei brauchen wir jetzt das Wild! Oh! Oh, er hittet aber jetzt auf die drei! Komm! Auf die drei! Mach dich auf die drei! Mann! Oh, letzter Spin! 32er Multi! Er hittet wieder gut! Jetzt auf die drei bitte oder eins! Er geht natürlich auf die zwei! Und letzter Spin! 64er Multi! Er hittet nochmal! Aber! Oh mein Gott! Wenn der vorne hingeht jetzt, dann hittet doch das A durch, oder? Aber er macht es natürlich nicht! Schade! Oh, er hittet aber nochmal! Nice! Okay, sind wieder Freispiele im Durchschnitt! Passt! Passt! Leider nicht auf die eins! Oh, ey! Bitte geh jetzt auf die eins! Bitte geh jetzt auf die eins mit dem Wild! Eins! Oh, schade, Mann! Die A... Oh mein Gott! Was macht er hier im letzten Spin auf die eins mit dir? Oder zwei? Yes! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was macht er dem scheiß letzten Spin? Was war das denn? Was war das denn? Zweieinhalb Tausend! Auf vier Euro Einsatz! Ich glaube es nicht! Oh mein Gott! Ich glaube, damit hat keiner gerechnet! Im fucking letzten Spin! Im fucking letzten Spin! Zweieinhalb Tausend! Was war das denn? Auf vier Euro Einsatz! Wir gehen rein! Gönn! Guten Abend! Hallo Hertha! BSC! J! Okay, wir starten mit einem Hit! Jetzt bitte auf zwei! Bitte auf zwei! Das Wild für das A! Mhm! Gut gemacht! Gut gemacht! Weiter geht's! Komm, hit den! Jawohl! Er hittet wieder! Jetzt auf zwei wieder! Bitte auf zwei! Bitte auf zwei! Bitte auf zwei! Nein! Weiter so! Wir sind schon auf 16er! Komm! Weiter geht's! Weiter geht's! Kuh! Schade! Okay, kann nicht immer hiten! Nein! Bitte hit jetzt weiter! Bitte hit jetzt weiter! Du hast so gut angefangen! Okay! Jetzt auf drei! Fürs A! Auf drei! Fürs A! Ah! Mach ein A! Okay, er macht! Jetzt auf drei! Dann hätten wir 128er Multi! Yes! 128er Multi schon! Jetzt auf eins! Jetzt auf eins! Jetzt auf eins! Jetzt auf eins! Yes! 256er! Come on! Come on! Das ist bloß! Gun! 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 Wir haben noch zwei Spins! 256er Multi! Weiter! Bitte jetzt noch mal! 256er! Gun! Nichts Connected! Bitte hit den nochmal! Bitte hit den nochmal! Bitte! Yes! Ist das cool! Nochmal jetzt auf zwei! Dann haben wir das beste Symbol! Jetzt auf zwei! Jetzt auf zwei! Ja! Wie viel ist das? Boah! 1500! Ja! 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 Oh! Die aßen noch mal! Die aßen noch mal! 1000! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Auf vierer Einsatz! Auf vierer Einsatz! Ich hab den Slot vermisst! 4.000! Auf vier Euro! Ich hab den Slot so vermisst, Baby! Ich hab den so vermisst! Krank! Auf vier Euro! Auf vier Euro mit sieben Freispielen! Ich hab den so hart vermisst! Gates! Wir warten auf die Freispiele! Wir warten! Eine Sanduhr würde fehlen! Na jetzt bringt er die Sanduhr! Und Multi! 25er! Komm! Connecte nochmal! Connecte! Ja! Weiter! Weiter! Jetzt wird's schwierig! Super schwierig! Er schafft's aber nochmal! Komm weiter! Gates! Bester Mann! Nochmal! Oh mein Gott! Da sind die 10K! Weiter geht's! Mach nochmal! Ringe rein! Ringe! Oder noch Multi! Ringe nochmal! Oder Rot! Ringe oder Rot! Oh mein Gott! Gates! Du bist der Beste! 5.800! Du bist der Beste! Gates! Ich wusste es! Ich wusste es! Krank! 6K im Base Game! 6K im Base Game! Gates! Das ist es doch! Das ist es doch! Ich wusste es! Ich wusste es! Da sind die 10K! Ich wusste es! Ich wusste es! Boom! Haha! Krank! Noch mal für 900! Und jetzt Max von 45.000! 3 Finns! Let's go! Cosmic Bridges! Star Dust Max! Bless you! Ja, super Starlight! Komm, ein Herz! 20er! Oh ja! Den haben wir! Komm noch! Ein Herz! Ein Herz! Oh! 22er Multi! Bitte! Bitte mach was! 8 Finns noch! Bitte! 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 Komm! 22er! Oh komm! 2 Monde werden gut! Ja! Monde! Blau! 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 Oh! Noch mehr Multis! Was haben wir jetzt? 31er Multi! Ey, bitte! 6 Spins noch! Bitte mach was! Bitte mach was! 31er Multi! Komm! Komm, komm, komm! 4 Spins noch! Bitte! 1 Guten noch! 1 Guten noch! 10er! Ja! Oh! Verlängern! Verlängern! Oh mein Gott! Wäre Verlängerung krass! 41er Multi jetzt! Wir haben aber immer noch keinen Plus! 3 Spins noch! 41er Multi! 1 Guten Tumple brauche ich! Komm! Ganz viel Türkis! Ja! Und jetzt 2 Herzen werden gut! Na, 2 Herzen! 2 Herzen! Oh, okay! Aber der ist gut! Der ist gut! Das sind 1.000er fast! 850! Nice! 44er Multi! Komm! 2 Spins noch! Gön! Komm! Ganz viel Blau-Gelb! Ja! Ja! Nimm mit! Nimm mit! Nimm mit! Nimm mit! Oh! Nimm mit! Das wären 1.000 Euro! Nimm mit! 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 Ja! Ja! Oh Mann, oh mein Herz! Mann, oh mein Herz! Ja! 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 Das sind 5.000, Jungs! Das sind mehr! Das sind 7.000! Wir kommen zurück! Das ist es doch! Das ist es doch! Ja! Let's go! Es ist noch nicht Feierabend! Es ist noch nicht Feierabend! Komm, letzter Spin! 47er Multi! Oh mein Gott! 8-4 wieder drin! 8-4 wieder drin! Oh yes, Baby! Es ist noch nicht Feierabend mit dem Stream! Vi Aqui im Es ist noch nicht Feierabend mit dem Stream! Untertitelung des ZDF, 2020